Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo. Gehst du spazieren? Ja, ich geh jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich geh jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich mein nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Ja, ich frühstücke gar nicht mehr. Also, nur noch eine Tasse Kaffee und dann esse ich jetzt mittags was. So einen kleinen Toast mit Rührei oder eine Putenwiener. Äh, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Ja, sehr gut. Welches? Welches was? Gemüse. Zucchini. Zucchini. Du hast Zucchini. Ja. Warum nicht? Güsteressential. Ta governing es. Ich Creo. Jetzt, ich sage dir. Alles verpackaument安. أو suisse. es ist genau so, wo finde ich den sitzt. Vorne. Dieジano. Überraszen. Grad town für den Ort.